Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachgefragt. Seit November 2023 attackiert die Husi-Miliz aus dem Jemen immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden. Eine Seehandelsroute, die auch für die deutsche Wirtschaft enorm wichtig ist. Über eine Beteiligung der deutschen Marine an der Sicherung dieser Handelsroute, aber auch über den indopazifischen Raum und maritime Herausforderungen im Ukraine-Krieg spreche ich in dieser Folge mit dem Inspekteur der Marine, Vize-Admiral Jan-Christian Kark. Herr Admiral, ich freue mich sehr, Sie bei Nachgefragt begrüßen zu können. Ahoi, Frau Hauptmann-Schönemann. Sehr passender Einstieg. Und der Einstieg, der ist auch recht brisant. Wir kommen direkt zum Thema Rotes Meer. Da erreichen uns nämlich auch wirklich sehr viele Zuschauerfragen. Zum Beispiel, wann wird die Marine da etwas machen? Also einige Nationen schicken Marineverbände ins Rote Meer. Welche Beteiligung wird es durch die deutsche Marine geben? Ja, die schnelle Antwort auf die Frage nach dem Ob einer deutschen Beteiligung kann ich so beantworten. Die deutsche Marine steht bereit, sich an der EU-Operation Aspides zum Schutz der Handelsschifffahrt im Roten Meer zu beteiligen. Das hängt naturgemäß von einem Mandat des Deutschen Bundestages ab. Dies erwarten wir nach jetziger Sicht nach dem Abschluss der Verhandlungen zur EU-Operation etwa Ende Februar. Unser Beitrag wird dann bereits im Seegebiet stehen. Wir haben uns viel Gedanken gemacht nach einem Wie können wir uns beteiligen. Und in meinem militärischen Ratschlag im Dezember an den Generalinspektor habe ich vier Vorschläge gemacht. Das erste ist Stabspersonal sofort. Unsere Fachleute für Konvoiplanung und Konvoibegleitung sofort. Marineinfanteristen zum Schutz an Bord von Handelsschiffen sofort. Und eine Verbandsflugabwehrfregatte sehr zeitnah. Da wir dort in einen scharfen Waffengang gehen, davon muss man ja ausgehen nach allem, was man dort sieht, kommt hier nur eine Einheit, ein Schiff in Frage, dass sich durchsetzen kann von ihrer Bewaffnung und dessen Besatzung 100 Prozent ausgebildet ist, um mit dieser Bedrohung umgehen zu können. Die Fregatte Hessen, die wir ausgewählt haben, ist darauf vorbereitet. Sie ist unser Goldstandard sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf. Sie kommt aus der aktiven Führung einer Very High Readiness Joint Task Force, Maritime. Was sie Besonderes hat, ist, dass ihre Radaranlagen und Waffen optimiert sind auf genau einen solchen Fall. Sie hat Radaranlagen an Bord, die etwa 400 Kilometer Reichweite haben und damit auch kleinste Kontakte aufnehmen können. Im Schutz kann sie auf drei Arten wirken. Sie kann sich neben ein Handelsschiff stellen, sodass alles, was anfliegt, quasi von der Fregatte ausmanövert wird und mit Rohrwaffen oder dem Flugkörper Rolling Airframe Missile auf bis zu zehn Kilometer bekämpft werden kann. In einem größeren Ansatz, um mehrere Schiffe zu schützen, kann sie den Evolved Sea Sparrow Missile mit einer Reichweite von über 50 Kilometern einsetzen und darüber hinaus den Flugkörper Standard Missile 2 mit einer Reichweite von etwa 160 Kilometern. Bleibt die Frage, warum gehen wir da eigentlich runter? Ist mir jetzt auch durch den Kopf geschwürzt. Gerne. Das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Deutschland und Europa sind absolut abhängig von sicheren Seewegen. 90 Prozent des Handels gehen über die Seewege. Das Rote Meer und der Sooskanal ist die zweitwichtigste Wasserstraße der Welt. Was passiert, wenn diese gesperrt sind, haben wir mit der Ever Given vor drei Jahren erlebt. Völliger Stillstand der Industrie in einigen Teilen. Und zurzeit sehen wir es auch, Tesla hat seine Produktion hier im deutschen Werk einstellen müssen, weil die Lieferketten eben nicht mehr funktionieren. Paradebeispiel jetzt dafür, was ich eingangs gesagt habe, dass es wirklich eben auch verheerende Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft haben kann. 100 Prozent. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Fregatte Hessen ist ein sehr einsatzbereites Schiff für diesen möglichen Einsatz. Ich möchte gerne aber zur Verdeutlichung für unsere Community nochmal die Einsatzbereitschaft einer Fregatte an einem anderen Beispiel verdeutlichen, nämlich an der Baden-Württemberg. Die hat ja als erste Fregatte der neuen Klasse F 125 an der Unifil-Missionen zur Sicherung und Stabilisierung des Seeverkehrs teilgenommen, beziehungsweise nimmt noch teil. Die neuen marinischen Schiffe sind ja auch für Langzeiteinsätze konzipiert. Wie hat sich denn da die Fregatte Baden-Württemberg bisher bewährt und was kann man daraus schließen, dann eben auch für den Einsatz der Fregatte Hessen? Die Baden-Württemberg ist seit November im Unifil-Einsatz und wird im Mai in das Indo-Pacific Deployment der deutschen Marine einsteigen und die Besatzung wird mehrfach durchgetauscht. Die Fregatten der Klasse 125 sind gebaut, wie Sie schon sagten, für lang andauernde Einsätze, deswegen auch mehr Besatzungsmodell, in Krisenoperationen, Stabilisierungsoperationen, Evakuierungsoperationen, aber auch in maritimer Diplomatie. Bei Unifil beteiligt sich die Marine seit 2006 mit Schiffen und Booten, und zwar um dem Libanon zu helfen, seine Seegrenze zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern. Besatzung, gut ausgebildet, mit viel Engagement, macht ihre Aufgabe toll. Auch wenn ich nicht verhehlen will, dass die Situation da unten im Laufe der Zeit natürlich etwas ungemütlicher geworden ist, spätestens nach dem schrecklichen Angriff der Hamas auf unschuldige israelische Zivilisten. Und das sei mir vielleicht noch gestattet zu sagen, an Bord zu sein, Abschüsse zu hören, Einschläge zu hören, da ist die ruhige Zeit auf See dann auch ein wenig vorbei. Das empfindet besonders auch unser Kontingent bei Unifil im Hauptquartier im Libanon. Und jetzt nochmal auf die Fregatte Hessen, dann auf den möglichen Einsatz dann jetzt im Roten Meer. Kann man da Ähnliches erwarten? Wird das ähnlich ablaufen? Ist da schon abzusehen, wie lange das eventuell sein wird, ob das auch durchgetauscht wird? Unser Engagement ist zunächst mal für einige Monate, und das ist auch gut so. Und wir stehen bereit, auch im zweiten Halbjahr für einen gewissen Zeitraum auch einen Beitrag zu leisten. Aber ich betone nochmal, im Roten Meer erwarten wir einen schweren Waffengang. Dort können wir nur die besten Einheiten schicken. Davon haben wir nur drei. Und insofern müssen wir da auch ein bisschen haushalten mit unseren Kräften. Vom Nahen Osten möchte ich jetzt mit Ihnen zum Ukraine-Krieg kommen. Wie ist denn da aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Bewertung heraus, die Seekriegsführung zu bewerten? Wenn Sie mir erlauben, komme ich mit einem historischen Beispiel aus dem Heeresumfeld. Ich bin neugierig. Und zwar die Schlacht von Asinkur, 1415. Zahlmäßig überlegene schwere französische Panzerreiterei gegen einfache englische Fußsoldaten mit Langbogen. Zehn Schuss pro Minute, 250 Meter. Sie haben das Schicksal der schweren Panzerreiterei in Europa besiegelt. Das kam in den Sinn, als der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister im letzten Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz äußerte, the tank is dead, als erste Analyse aus dem Landkrieg, den er beobachten konnte. Also der Panzer ist tot. Sicherlich etwas allgemein, gleichwohl spannend zu betrachten. Die Moskva und ihre Versenkung scheint in die gleiche Richtung zu gehen. Und wir haben das umfassend analysiert und unser Zielbild Marine, Kurs Marine 2035 Plus entwickelt mit einem mutigen Einstieg in künstliche Intelligenz und unbemannte Systeme. Wir gehen auch weiterhin davon aus, dass zum Besetzen von Räumen, dem Verhindern des Nutzens durch den Gegner der lang anhaltenden U-Boot-Jagd, wir größere, gut bewaffnete Einheiten brauchen. Aber je näher wir an die Küste kommen, je näher wir an die Bedrohung für unser Personal kommen, müssen wir umschalten auf unbemannte Systeme und das in großer Zahl. Wir haben dafür einen Experimentation Hub in Eckernförde gegründet mit der Werttechnischen Dienststelle, mit Forschungsinstituten und der Industrie und werden nach operativen Vorgaben dort einzelne Systeme in diesem Jahr durchtesten. Und die ersten stehen schon auf dem Hof. Mit Ihrer Antwort haben Sie jetzt ja auch gleich so einen Einblick gegeben, was sich dadurch für die deutsche Marine verändert hat. Ich möchte dennoch erstmal in der Ukraine bzw. bei der ukrainischen Marine bleiben. Die Ukraine verfügt jetzt nicht unbedingt über eine nennenswerte maritime Streitkraft, also dennoch erzielen Sie wirklich große Erfolge dort vor Ort. Also woran liegt das oder sind das vielleicht nur so kleine Nadelstiche, sage ich jetzt mal? Die ukrainische Marine macht doch im Grunde das, was ich eben mit der Schlacht von Asinkur angegeben habe. Kleine Teams, agil überlegene Waffenleistung, punktuiert. In einer Situation, wo die russische Marine mit schweren Einheiten absolut überlegen ist, würden sich Überwassereinheiten ja auch schwer halten können. Also was macht man? Man nimmt asymmetrische Mittel, Minen, Flugkörper, Drohnen über Wasser und in der Luft. Und was erreicht man damit? Sperren von Geografie mit Minen, keine Anlandung, um dann letztendlich auch die Führungszentren und die logistischen Zentren wie unter anderem auch Werftanlagen zu zerstören. Und wenn Sie sich die Dislozierung, also die Gruppierung der russischen Überwassereinheiten angucken, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie wissen, dass sie westlich der Krim nirgendwo sicher sind. Wir wandern jetzt mal von dem Schwarzen Meer ein bisschen nördlicher in den Ostseeraum. Grenzt natürlich jetzt nicht direkt an die Ukraine, aber ja nach wie vor noch an Russland. Welche Veränderungen beobachten Sie denn dort? Eben auch aufgrund dessen, was mit Russland passiert im Ukraine-Krieg? Ja, das ist ganz spannend zu sehen. Hätten Sie mich vor einem Dreivierteljahr gefragt, hätte ich Ihnen gesagt, wir sehen bei der russischen Marine absolutes Normverhalten in der Ostsee und auch im Nordatlantik. Und jetzt? Das hat sich geändert. Warum haben Sie aber damals Normverhalten gezeigt? Ich glaube, unser Ansatz, alles, was schwimmt, geht raus und zwar in den Osten, um zu zeigen, wir sind da und lassen das nicht zu, war ein wichtiges Signal. Und dieses Zeigen von Stärke ist angekommen und wird für uns in Zukunft auch weiterhin handlungsleitend bleiben. Jetzt sehen wir aber zunehmend, dass ein etwas aggressiveres Verhalten, sehr dichte Überflüge, auch mit Waffenladung an den Flugzeugen, auf den Funkkanälen auch die Ansprache in aggressiver Form und zudem ein auffälliges Interesse für kritische maritime Infrastruktur, gerade im Bereich der Ostsee und der Nordsee. Und da gebe ich Ihnen gerne ein Beispiel. Wenn ein mit Kleinst-U-Booten ausgerüstetes Forschungsschiff für eine Strecke von Skagen bis St. Petersburg normalerweise zehn Tage braucht und jetzt 310 Tage braucht, dann sollte uns das nachdenklich machen. Wie sieht denn die Bundeswehr ganz allgemein das Kriegspotenzial Russlands im Ostseeraum? Wir bewerten das folgendermaßen, dass die russische Marine aus diesem Konflikt in der Ukraine, diesem Krieg in der Ukraine relativ unbeschadet herausgehen wird. Auch wenn wir natürlich Versenkungen im Schwarzen Meer sehen. Aber was wir in der Nordmeerflotte, was wir in der Ostseeflotte, in der baltischen Flotte bemerken, ist ein ungestoppter Bau von modernen Einheiten, die mit modernsten Flugkörpern bewaffnet werden. Darüber hinaus ist die Übungstätigkeit nicht eingefroren, sondern es wird viel gesetzt auf schnelle Bereitschaftsübungen. Insofern ist das ein ernsthafter Gegner. Und darüber hinaus, und das werden wir nicht müde auch anzubringen, seit vielen, vielen Jahren, ist die Investition der russischen Marine in Unterwasserkommunikation, Unterwassernavigation und Unterwasserwirkung wirklich auffällig und sollte uns allen Gedanken machen. Dann jetzt mal kurz und knapp auf den Punkt gefragt, welche Lehren ziehen wir denn jetzt daraus? Ich möchte erst mal einer allgemeinen Meinung widersprechen. Und zwar hört man sehr oft, die Ostsee ist jetzt ja ein NATO-Meer. Zumindest wenn Finnland und Schweden mit beitreten. Das ist mitnichten so. Wir haben einen potenten Gegner, der ungebremst rüstet. Und zwar modernste Einheiten in hoher Taktfolge mit einer Top-Bewaffnung. Und wir können das ja auch umdrehen und sagen, was passiert eigentlich, wenn dieser eigentlich unterlegene anzahlmäßig Gegner die Ostsee-Zugänge dicht macht. Dann ist Finnland an der Insel. Und das Baltikum auch. Und damit zu 100 Prozent abhängig von Seeversorgung. Und dann haben wir wieder ein Dilemma. Also wie geht man dagegen vor? Wir haben potente Seekriegsmittel, weil wir auch nicht alleine sind. Sondern wir agieren ja immer im Bündnis. Die Deutsche Marine bietet dem alliierten Maritimen Kommando in Northwood ein regionales Hauptquartier. Und da agieren wir bereits im Dreisprung von Kooperation über die Koordination von Kräften bis hin zur Führung. Und als letzten Punkt vielleicht, wie richten wir uns auf die Zukunft in diesem Gefechtsfeld ein? In unserem Kurs Marine 2035 Plus gehen wir ja gerade für solche Gegenden. Küstennähe, hohe Bedrohung, geringe Distanzen und komplexes Umfeld auf unbemannte Systeme. Und dann haben wir viele kleine Einheiten. Wir nennen das Future Combat Surface System, das mit anderen Einheiten im Verbund agieren kann. Und was kleine Schweinereien, also ein Dilemma zum Gegner bringt, anstatt auf das Dilemma zu warten. Nicht nur die Beispiele, die Sie eben genannt haben, sondern ja auch gewisse Übungen tragen ja auch dazu bei, dass wir Lehren ziehen können, wie wir uns zu verhalten haben. Letztes Jahr in den Northern Coast, September 2023. Was für Erkenntnisse haben Sie denn aus dieser Übung jetzt mitgenommen, mit Blick auf das, was sicherheitspolitisch uns gerade umgibt? Ja, erstmal ist, glaube ich, spannend zu wissen, dass Northern Coast schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und bisher immer eine Übung war unter den Ostsee-Anrainern, einschließlich Schweden und Finnland, wo wir Interoperabilität zwischen den verschiedenen Systemen geübt haben, aber im Wesentlichen nicht in einem Artikel-5-Szenario. Dieses Mal das erste Mal in einem Artikel-5-Szenario unter umfassender Beteiligung unserer amerikanischen Partner. Ein amphibisches Landungsschiff war da, ein Bataillon Marineinfanterie. Und wir haben insgesamt 14 Nationen dabei gehabt mit 3.000 Menschen und 30 Schiffen. Halt mit Fokus auch auf Landes- und Bündnisverteidigung. Mit Fokus auf Landes- und Bündnisverteidigung. Und die Übung fand statt vor der Küste Estlands und Lettlands und wurde geführt vom deutschen Hauptquartier in Rostock. Und für uns in Rostock war das ganz wesentlich, weil es quasi der Tick in the Box war, unseren internationalen Stab zu zertifizieren und der NATO anzubieten als regionales, maritimes Hauptquartier für die Ostsee, um hier eine noch stärkere Verantwortung übernehmen zu können. Das war jetzt nochmal so ein Blick auf den Ostseeraum, aber die Marine ist ja auch noch woanders tätig. Wir kommen mal ganz kurz zum Nordatlantik. Wie passt das denn alles zusammen? Also wie funktioniert Landes- und Bündnisverteidigung auf See, wenn man in so breiten Abständen auch agiert? Unser Motto lautet Regionally Rooted and Globally Committed. Also regional verwurzelt, aber weltweit ausgerichtet. Regional verwurzelt heißt, unser Haupteinsatzgebiet ist und bleibt die Nordflanke der NATO. Mit den Seeverbindungswegen über den Atlantik, von der Ostküste Amerikas bis in die Drehscheibe Deutschland und weiter ins Baltikum. Mit den Aufgaben zum Verhindern des Durchsickerns russischer Überwasserstreitkräfte und Nuklearstreitkräfte in den Atlantik und dem Schutz der kritischen maritimen Infrastruktur. Spezieller Fokus ist auf der Ostsee. Hier sind wir keine kleine Marine. Hier schauen alle auf uns. Und hier bieten wir regionale Führung an. Also das ist ein großer Bereich, den wir abdecken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sichere Seeverbindungswege sind die Grundlage dafür, dass die Drehscheibe Deutschland funktionieren kann. Eine amerikanische Brigade, die wir rüberbringen wollen von der Ostküste Amerikas, benötigt 11 bis 15 Rohrohrschiffe. Und die wollen geschützt sein. Und die Häfen wollen geschützt sein, wo die reingehen. Das ist dann der Anteil Bündnisverteidigung. Im Anteil Landesverteidigung würden wir ganz wesentlich auch auf die kritische maritime Infrastruktur schauen. Und auf die Häfen, die wir selber brauchen, um unsere Waren hineinzubringen. Für mich jetzt Anlass, mal nach so einem kleinen Zwischenfazit zu fragen. Wie steht es denn allgemein um die Einsatzbereitschaft der Marine? Mit allem, was Sie uns jetzt schon erläutert haben. Kann das alles so abgedeckt werden, auch in Zukunft? Auch da erlauben Sie mir ein bisschen weiter zu fassen. Das ist bei der Marine ein bisschen komplexer vielleicht. Sie haben es ja eben angesprochen, Globally Committed. Globally Committed. Grundsätzlich kann man die Einheiten der Marine in Dritteln. Ein Drittel ist in der Werft, ein Drittel ist in voller Gefechtsbereitschaft und ein Drittel ist in abgestufter Einsatz- und Gefechtsbereitschaft. Mit diesen 48 Schiffen und Booten insgesamt müssen wir Landes- und Bundesverteidigung, internationales Krisenmanagement, Evakuierungsoperationen und anderes bewerkstelligen. Das ist an sich schon schwierig. Dazu kommt jetzt noch die Herausforderung des NATO-Streitkräftemodells, wo wir ab 2025 15 folgeflächtsklare Einheiten, also Schiffe und Boote, der NATO in kurzer Reaktionszeit zur Verfügung stellen müssen. Damit ist fast jede operativ verfügbare Einheit in NATO-Verpflichtungen verbunden. Dass dann nicht mehr alles gleichzeitig geht, ist glaube ich ersichtlich. Die Bettdecke ist irgendwo zu kurz. Und in einem Handelsunternehmen würde man wahrscheinlich sagen, ich erhöhe entweder die Kapazitäten oder ich priorisiere oder ich source out. Da arbeiten wir dran, denn zum einen heißt es, wir müssen die Abwesenheiten durch werftliche Zeiten reduzieren. Und da haben wir erste gute Erfolge, der Kauf der Warnowerfer, ein Game Changer für uns, um die Logistik, die Instandsetzung auf den neuen Stand zu bringen. Und natürlich brauchen wir auch einen moderaten Anwuchs der Flotte, um das alles bewerkstelligen zu können. Aber letztendlich und ganz hart und auch akut müssen wir die bestehenden Verpflichtungen im internationalen Krisenmanagement überprüfen, priorisieren und flexibilisieren. Alles gleichzeitig wird nicht gehen. Herr Admiral, ein Thema, was wir jetzt noch nicht so genau beleuchtet haben, wofür die Marine aber auch einsatzbereit sein muss, ist das Thema Sabotageakte. Da greife ich jetzt nochmal Nord Stream 2 auf, aber auch andere Sabotageakte, diese Bedrohung, die ist ja nicht einfach verschwunden. Also wie schnell könnte denn die deutsche Marine bei weiteren möglichen Angriffen eingesetzt werden? Also wie ist da der jetzige Stand? Könnte das schnell klappen? Das ist mir ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber die Zuständigkeit für den Schutz kritischer maritimer Infrastruktur in Frieden und Krise liegt bei den Wasserschutzpolizeien der Länder und der Bundespolizei See. Die Marine tritt in Aktion, wenn wir um Amtshilfe gebeten werden. Das können wir sehr schnell und ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel geben, wie das am 26. September passiert ist. Kurz nach den Explosionen bin ich persönlich angerufen worden von meiner schwedischen Amtsschwester, kann man glaube ich sagen, mit dem Hinweis, was da passiert ist und ob wir uns bereithalten könnten, eventuell zu unterstützen. Wir haben dann sehr schnell einen Minenjäger klargemacht und Minentaucher und ein Boot der Wehrtechnischen Dienststelle 71 und als die offizielle Anfrage kam, waren wir schon auf dem Weg. Das ist schnell. Ein anderer Fall, als wenige Wochen später die Meldung aus Norwegen kam, dass Drohnen um die Pipelines und um die Ölplattformen flogen, sind wir gebeten worden zu unterstützen und konnten sehr schnell vier Schiffe und einen Seefernaufklärer schicken. Das geht offiziell, aber es geht noch besser, weil wir die Menschen alle kennen. You need to know people before you need people. Das ist auch Marine-Business. Sie haben jetzt schon sehr prägnante Beispiele genannt für Unterstützungsleistungen, die die Marine geleistet hat. Wie wird das in Zukunft aussehen? Die Grundlage zum Handeln ist ein sauberes Lagebild. Insofern haben wir gleich nach dem 26. September unsere Bemühungen zum Aufbau eines Unterwasserlagezentrums vorangebracht. Da geht es darum, die Daten von Forschungsinstituten, der Marine, von Geheimdiensten, von internationalen Playern und der Industrie zusammenzubringen und damit einen gläsernen Ozean zu schaffen, durch den im Grunde, durch dieses Netz keiner durchgehen kann. Wenn der Gegner weiß, dass wir wissen, dass er da ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass er da agiert. Darüber hinaus haben wir einige andere Maßnahmen in unserem eigenen Bereich auch noch durchgeführt, Tauchtiefenerweiterung für die Minentaucher. Wir sind derzeit dabei, in einem Projekt, das nennt sich From Seabed to Space, auch Satellitendaten, militärische und zivile, mit künstlicher Intelligenz nach verdächtigen Schiffen zu suchen und auch sagen zu können, wo die hingehen. Das Ganze wird aber nur effektiv sein, wenn wir uns auch über die gesamtstaatlichen Prozesse Gedanken machen. Der Minister hat das mal so treffend ausgedrückt. Wenn etwas passiert, darf es nicht sein, dass wir nicht wissen, wer zuständig ist oder wer was machen darf. Und darüber sollten wir in Deutschland auch sehr schnell zum Schutz der kritischen Maritaminfrastruktur reden. Wer darf wann was machen und was darf er dann machen? Wir haben jetzt über das Rote Meer gesprochen, über den Ukraine-Krieg, über die Einsatzbereitschaft ganz allgemein der Marien- und Unterstützungsleistungen, die sie eben auch erbringt. Und mit dem Unterwasserlagezentrum haben Sie jetzt auch schon mal so einen Blick in die Zukunft gegeben. Also aufgrund dessen, was bisher alles geschehen ist, wie muss die Marine da von morgen aussehen, um eben auch ihren Aufträgen gerecht zu werden? Also einerseits Landes- und Bündnisverteidigung, andererseits internationales Krisenmanagement. Ja, ich würde das mal in zwei Bereiche aufzeilen. Einmal das, was wir jetzt sehen und das, was wir zukünftig machen müssen. Jetzt muss es darum gehen, Kaltstadtfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Durchhaltefähigkeit massiv voranzutreiben. Bei der Bestandsflotte, das, was die Menschen Tag für Tag erleben. Und da sind wir mittendran. Wir gehen jedes Waffensystem durch und schauen, wie wir es vielleicht noch ein Stück besser machen können. Wir sind dabei, die Munitionsbestände nach oben zu fahren und die Ersatzteilbevorratung, damit wir eben auch schneller durch die entsprechenden Instandsetzungen durchgehen. Und wir investieren ganz massiv, und das ist Teil meiner Absicht, meines Commanders Intents, für dieses Jahr das Personal. Alles ist nichts, wenn wir nicht das Personal haben. Das heißt, Personalgewinnung, Personalbindung ist meine Top-Priorität. In die Zukunft betrachtet habe ich einige Facetten ja schon angegeben. Wir müssen moderat anwachsen, um durchhaltefähiger zu werden. Wir müssen auch mehr vom Gleichen haben. Also nicht zehn verschiedene Klassen an Miniachteinheiten, das ist ein bisschen übertrieben, aber drei sind es. Sondern möglichst eine durchgehende Linie, damit wir in Ausbildung, Ausrüstung auf einen grünen Zweig kommen. Ich bin dem Minister sehr dankbar, dass wir dabei sind, die Beschaffungsprozesse zu beschleunigen. Gleichwohl müssen wir, denke ich, auch einen zweiten Weg gehen. Und da sind wir alle ja dabei, dass wir marktverfügbares Material unter operativen Vorgaben erproben und schnell einführen können. Hier haben wir die ersten Erfolge. Wir werden in diesem Jahr mehrere große Drohnen unter Wasser und in der See überprüfen. Abschließend noch ein Blick in den indopazifischen Raum. China rüstet seine Marine ordentlich auf. Allein 30 neue Kriegsschiffe in den letzten zwölf Monaten. Dann bis 2030 soll die Flotte von derzeit 370 auf 435 ansteigen. Inwieweit wird die deutsche Marine mit ihren Verbündeten aufgrund dessen dort aktiv sein? Ja, es ist atemberaubend, was man sieht in China. Schon jetzt ist die Größe der chinesischen Marine stärker als die US Navy. Und bei dem aggressiven Verhalten, was wir im Indopazifik sehen, kann ich die Bedenken der Anrainer auch verstehen. Ich habe viel Zeit darauf verwendet, in den letzten zwei Jahren zuzuhören bei unseren Partnern, bei unseren Wertepartnern in der Region und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Einer der Schlüsse ist, voll in Linie mit der nationalen Sicherheitsstrategie und den Indopazifik-Leitlinien der Bundesregierung, dass wir unsere Partner dort unterstützen wollen. Das Militär ist seit 2021 erstmals mit der Fregatte Bayern in der Region gewesen für gemeinsame Übungen und die Beteiligung an den UN-Sanktionen in Korea. In 2022 war die Luftwaffe im Indopazifik, in 2023 das deutsche Heer und Teil des Seebataillons. Und in diesem Jahr werden wir mit zwei Einheiten einem großen Versorger und der Fregatte Baden-Württemberg, über die wir gerade sprachen, einmal um die Erde fahren, durch den Panama-Kanal, großen Übungen teilnehmen, Japan besuchen, Malaysien, Indonesien, Singapur. Also der Dreisprung, maritime Diplomatie, Training und Übungen und Beteiligung an Operationen par excellence, und zwar für einen langen Zeitraum dort. Herr Admiral, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Einschätzungen. Schön, dass Sie bei uns waren. Herzlichen Dank. Und auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bei YouTube und bundeswehr.de finden Sie noch viele weitere interessante Folgen. bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer,